Untersuche Verstecke mit gestohlenen Geschenken, also insgesamt müsst ihr drei gestohlenen Geschenke untersuchen. Also wenn ihr da bei der Aufgabe vorhin bei Blizzon Piazza gelandet seid, so wie ich euch empfohlen habe, könnt ihr jetzt hier in der Halle reingehen, hier auf der rechten Seite seht ihr bereits die Geschenke, untersucht jetzt die Geschenke, öffnet nochmal die Karte, setzt euch jetzt die Markierung zum Beispiel hier bei Hazy Hillside, dort findet ihr direkt zwei weitere Geschenke, die ihr untersuchen könnt. Dann fahrt ihr mit einem Fahrzeug nach Hazy Hillside hin, hier müsst ihr die Treppe hochgehen, hier beim Nussknacker seht ihr bereits das Geschenk, untersucht auch hier das Geschenk, setzt euch dann die Markierung beim nächsten Geschenk, was ihr hier findet, und hier auf der Rückseite vom Baum habt ihr das dritte Geschenk, untersucht auch dieses und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. bis dato, Untertitelung des ZDF, 2020